Im Herzen Münchens, nahe dem Marienplatz in den Fünfhöfen, finden Sie die augenärztliche Privatpraxis Dr. Med. Andreas Zart. Hier erwartet Sie in einem freundlichen und modernen Ambiente Augenheilkunde auf höchstem medizinischem Niveau und eine ebenso individuelle wie persönliche Betreuung. Die qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen Sie gern und führen einzelne Untersuchungen durch, wie hier eine Pentacam-Messung zur optischen Darstellung des vorderen Augenabschnitts. So erhält Herr Dr. Zart bereits erste Anhaltspunkte, wenn ihm vom Patienten Beschwerden und der Grund des Besuchs erläutert werden. Es folgt eine ausführliche Untersuchung beider Augen, sowohl der vorderen Augenabschnitte mit Bindehaut, Hornhaut und Linse, wie auch der hinteren Abschnitte, die die Netzhaut und den Sehnerv umfassen. Die apparativ-instrumentelle Ausstattung der Praxis mit modernen computergesteuerten Geräten ist einer Augenklinik vergleichbar. Das bedeutet, sollten zur Abklärung einer Sehstörung oder Augenerkrankung weiterführende Untersuchungen nötig sein, so lassen sich diese unmittelbar in der Praxis und an einem Tag durchführen. Das gleiche gilt für die Untersuchung der Augen von Kindern, Jugendlichen oder gar Babys ab dem sechsten Lebensmonat. Die Orthoptik, bei der die Behandlung von Schielproblematiken bei Kindern im Vordergrund steht, wie auch die Abklärung von Sehproblemen z.B. bei Erwachsenen am Arbeitsplatz, bildet einen Schwerpunkt innerhalb des Leistungsspektrums. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt in der Anpassung von Kontaktlinsen, insbesondere von Gleitsichtkontaktlinsen, mit denen sich Altersweitsichtigkeiten wie mit einer Gleitsichtbrille ausgleichen lassen. Die Diagnosestellung und Therapie erfolgt vor dem Hintergrund der Expertise und rund 30-jährigen Erfahrung als Augenarzt von Herrn Dr. Zart.